Herzlich willkommen wieder zu unserem Programmierkurs für Visual Basic unter Verwendung der Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. Wir haben ja bereits kennengelernt, was Variablen sind und wie wir Variablen verwenden und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben diesen Variablen der Werte zugewiesen und diese Werte können von verschiedener Art sein. Bis jetzt haben wir immer mit Text gearbeitet, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten und der Unterschied ist relativ wichtig, weswegen wir uns jetzt einige anschauen. Wie üblich sind wir in unserer Entwicklungsumgebung, Datei, neues Projekt, dann nehmen wir wieder Konsolenanwendungen und nehmen wieder irgendeinen kreativen Namen, beispielsweise unser erstes Datentypenprogramm. Wieder so ein Beantwortungsbegriff, aber das Thema ist jetzt tatsächlich Datentypen. Welche Art von Daten, welche Art von Information gibt es? Das Projekt wird angelegt, wie ihr habt und jetzt können wir wieder eine Variable anlegen, beispielsweise was wir letztes Mal hatten, war etwas in der Richtung Name ist String und dann Name ist gleich zum Beispiel Christian. Und was übrigens auch geht, eine Kurzform ist alles in eine Zeile zu schreiben. Dem Name ist String ist gleich Christian. Jetzt haben wir also diese Anweisung, wir haben Name, Name ist ein String, String also Zeichnette, also Kette von Zeichen, also auf gut Deutsch Text. Andere Werte sind beispielsweise Zahlenwerte und bei Zahlenwerten ist es so, dass wir einfach die Zahl hinschreiben können. Beispielsweise dem Jahr S und jetzt brauchen wir für Zahlenwert den entsprechenden Fachbegriff, der heißt hier Integer. Ist gleich 2008 beispielsweise, oder demnächst 2009, lassen wir gleich mal 2009. Dann gucken wir etwas optimistisch in Zukunft, das wie gilt länger. Wir haben also diese Variable Jahr und Jahr ist eine Zahl, hat also den Datentyp Integer und der Wert wird ohne Anführungszeichen geschrieben. Wir können Anführungszeichen verwenden, würden dann aber auf ein Problem stoßen. Darauf will ich gleich eingehen. Deswegen wichtige Information, bei Zeichenketten brauchen wir die Anführungszeichen, einfach um deutlich zu machen, wo fängt die Zeichenkette an, wo hört die Zeichenkette auf. Visual Basic ist, naja, relativ, relativ blöd. Die Sprache selber natürlich nicht, sondern derjenige Bestandteil, der dann unser Programm ausführt und muss einfach wissen, wo fängt Text an, wo hört Text auf. Weil Text muss ja unterschieden werden, beispielsweise Kommandos von Befehlen, die wir ins Programm schreiben. Wir haben also eine Textvariable, eine Stringvariable und wir haben eine Integervariable für Zahlen. Ich zeige Ihnen nochmal, was es für andere Datentypen es gibt. Zum Beispiel, ein Auszug daraus natürlich, zum Beispiel gibt es auch noch Fließkommazahlen. Nun ja, wir sagen Fließkommazahlen, aber es sind in der Programmierung nicht wirklich Fließkommazahlen, denn da ist kein Komma drin. Dann nehmen wir beispielsweise mal eine Variable und nennen sie Pi und nehmen für Fließkommazahlen den Datentyp Double. Und jetzt geben wir nicht 3,14159 und so weiter an, denn wir orientieren uns hier am amerikanischen und da gibt es kein Dezimal Komma. Das Komma wird nämlich zum Abtrennen von tausender Stellen verwendet, sondern es gibt einen Dezimalpunkt. Das heißt, wir müssen hier diesen Punkt angeben. Das heißt, diese Variable hat jetzt den Wert 3,14159 und so weiter. Aber bei der Schreibweise müssen wir eben einen Punkt einsetzen. Auch ein wichtiger Unterschied. Naja, und abschließend vielleicht noch ein weiterer Datentyp. Und zwar, ähm, die Variable nenne ich mal var und als Datentyp nämlich Boolean. Das geht auf einen sehr bekannten Mathematiker zurück, der hieß bool. Und ein solcher boolischer Wert, auch Wahrheitswert genannt, kann zwei Werte haben, nämlich wahr und falsch. Da Programmieren ja immer so eine Art holpriges Englisch ist, gibt es hier genau diese zwei Möglichkeiten, die Sie auch in Visual Studio sehen, in der IntelliSense Anzeige, nämlich false oder true. Das heißt, bei wahr haben wir true und wir könnten jetzt noch eine Variable unwahr beispielsweise anlegen und unwahr hätte dann den Wert false. Wir brauchen diese Werte true und false später, wenn wir unser Programm am Lauf wenig steuern wollen. Wir müssen beispielsweise feststellen, ist es meinetwegen vormittags oder nachmittags, je nachdem verhält sich das Programm anders. Und um eben so etwas festzustellen, haben wir einen Zustand, beispielsweise ist es gerade vormittags und dieser Zustand ist wahr, tritt also gerade ein, oder falsch. Dazu brauchen wir eben true und false. Jetzt haben wir diese Datentypen und was ja sehr wichtig ist bei der Programmierung mit vielen Sprachen, und das ist ein Unterschied zu manchen anderen Sprachen, ist, dass hier, wenn Sie sich einmal für einen Datentyp, für eine Variable entschieden haben, diesen Datentyp nicht ändern können. Das heißt, ich kann nicht sagen, Jahr ist gleich 2009, beispielsweise. Ich kann es natürlich versuchen und noch kommt keine Beschwerde. Wenn ich jetzt allerdings das Programm ausfüllen will, dann, ja, dann hoppala, haben wir hier irgendein Problem. Weil, was ist unser Problem an der Stelle? Naja, wir haben unsere Variable namens Jahr, die ist eine Zahl. Und einer Zahl können wir natürlich keinen Text zuweisen. 2009 als dringend ist keine Zahl. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, dürfen wir nicht außer Acht lassen und müssen da wirklich aufpassen. Der wohl häufigste Datentyp ist tatsächlich der String-Datentyp. Alle Eingaben beispielsweise sind Strings. Aber, wenn Sie zum Beispiel einen Benutzer fragen, zum Beispiel, wie alt sind Sie und diesen Wert weiterverwenden möchten, oder in welchem Jahr sind Sie geboren und diesen Wert weiterverwenden möchten, dann müssen Sie den zur Weiterverarbeitung irgendwie in eine Zahl umwandeln. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und diese Umwandlung kann unter Umständen auch schief gehen. Aber jetzt in diesem Block sind wir mal optimistisch und gehen einfach davon aus, dass das mit der Umwandlung auch klappt. Wie machen wir das? Wir fragen das einfach mal ab. Sagen einfach, beispielsweise folgendes. Console, Rital, und dann wie alt? Und, nein, nicht mehr alt, das fragt man eigentlich nicht, oder? Also, in welchem Jahr sind Sie geboren? Fragezeichen. Nicht vergessen. Naja, vielleicht WriteLine. Wegen dem Zeilenumbruch am Ende. Und dann dem Geburtsjahr, äh, String, ist gleich Console.ReadLine. Die Kurzform von vorher, Sie erinnern sich. Das heißt, der Benutzer wird gefragt, wann ist er denn geboren? Dann wird das Geburtsjahr ermittelt. Und was ich gerne am Ende ausgeben würde, ist, dass der Benutzer ungefähr so und so alt, so und so viele Jahre alt ist. Ich würde also das aktuelle Jahr nehmen und das Geburtsjahr abziehen. Nicht sehr exakt, hängt davon ab, hatte der Benutzer schon Geburtstag in dem aktuellen Jahr, ja oder nein. Vom Prinzip her sollte es aber so ungefähr klappen. Dieses Abziehen jedoch, dieses Minus, Grundrechenart, logisch, das funktioniert nur, wenn wir auch eine Zahl haben. Das heißt, ich brauche jetzt tatsächlich das Geburtsjahr, die Eingabe des Benutzers, als Zahl. Also dem Geburtsjahr, als Zahl, als Integer. Und jetzt brauchen wir noch einen Wert. Visual Studio beschwert sich ja gleich. Wir haben die Variable angelegt, aber der hat keinen Wert gegeben. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten der Umwandlung. Und ich möchte Ihnen ein Zeichen und wir werden im Verlauf des Kurses auch noch weitere kennenlernen. Es gibt ein Befehl, der mit Convert. Dann geben Sie den Punkt ein, dann To. Und dann sehen Sie in der Liste die verschiedenen Namen von Befehlen, die Sie verwenden können. Sie können beispielsweise in einen String umwandeln, Sie können in einen Double-Wert umwandeln, vorher Fließkommazahlen, Sie erinnern sich. Sie können sogar in einen Bullschen-Wert umwandeln und Sie können auch in einen Integer-Wert umwandeln. Jetzt gibt es hier 16, 32 und 64 Varianten von Integer. Das hängt davon ab, wie viel Speicherplatz reserviert wird. Bei Int64 kann man also mit sehr, sehr großen Zahlen arbeiten. Für unsere Zwecke würde auch Int16 reichen. Ich nehme jetzt aber mal Int32 und gebe dann das Geburtsjahr als Wert, was ja ein String ist, an. Dieser Befehl wandelt das Geburtsjahr, das eingegeben wurde, in eine Zahl um und gibt das Ganze zurück. Das wir machen einfach Geburtsjahr als Zahl, ist gleich Convert to Int32 von Geburtsjahr, hoppala. Und am Ende steht in Geburtsjahr als Zahl dann der entsprechende gewünschte Wert. Dann lege ich vielleicht noch eine Variable an, dem ungefähres Alter, wieder als Integer. Und ungefähres Alter hat dann zum Beispiel den Wert 2008 oder 2009, nehmen wir 2009, minus Geburtsjahr als Zahl. Das heißt, ich weiß jetzt ungefähr, wie alt ist der Benutzer. So ungefähr. Plus, minus, ein Jahr würde ich mal sagen. Das gebe ich am Ende einfach aus. Also, ganz einfach, Console, Writeline, dann ungefähres Alter. Jetzt sehen Sie, ich schummle so ein bisschen. Weil bis jetzt war es so, bei Writeline oder Write haben wir immer einen Text angegeben. Sie sehen aber auch schon, wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, dann bekommt man hier detaillierte Hinweise. Leider häufig auf Englisch. Aber man sieht hier schon, Value as Integer, okay. Das heißt, man kann bei Writeline eben auch Zahlenwerte angeben. Sonst müsste man nämlich diese Zahlenwerte eventuell rückumwandeln in einen Text. Gut. Klug der Vorrede. Speichern wir das Ganze. Führen es aus. In welchem Jahr sind Sie geboren? Nehmen wir mal, ist vielleicht einfach zu rechnen, 1909. Nein, das ist nicht mein Geburtsjahr. Und tatsächlich, richtiges Ergebnis 100. Bisschen kurz erschienens. Machen wir also vielleicht noch ein Console, Readline am Ende. Nochmal starten. In welchem Jahr sind wir geboren? Gegenprobe, 1910 vielleicht. Auch nicht mein Geburtsjahr, aber Ergebnis richtig, 99 Jahre ungefähr werde ich wohl alt sein. Wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab, was für ein Jahr haben wir momentan. 2008, 2009, 2010, hat sie die Brunschung Geburtstag und so weiter. Aber, Sie sehen hier, wir haben verschiedene Datentypen. Zwischen diesen verschiedenen Datentypen können wir umwandeln. Und mit dieser Umwandlung ist es uns beispielsweise möglich, mit Texteingaben des Benutzers zu rechnen. Mit Text selber können wir nicht rechnen. Wenn ich irgendwie Hallo Welt eingebe, was ist denn bitte Hallo Welt mal 2 oder 2009 minus Welt? Geht nicht. Wenn ich eine Zahl eingebe, denkt Visual Basic standardmäßig, hm. Das ist trotzdem Text, weil es ist ja eine Eingabe, mit Text kann ich nicht rechnen. Wandeln wir diesen Text allerdings in eine Zahl um und klappt das wie in unserem Fall hier, dann ist alles super, dann können wir damit rechnen. Deswegen brauchen wir sowohl Datentypen, um Visual Basic genau zu sagen, mit welcher Art von Information wir arbeiten, und wir brauchen natürlich auch die Möglichkeiten, zwischen diesen Datentypen umzuwandeln. Und beides haben wir in diesem kleinen Beispielsprogramm gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.